Heute schauen wir uns ein paar Grundsätze an von diesem Professor aus einem Interview, die uns sicher alle interessieren, denn jeder will sicherlich möglichst lange gesund sein und nicht nur alt werden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Daher lasst uns gemeinsam schauen, was dieser Professor, der sein Studium übrigens auch an der Harvard University absolviert hat und 100 Jahre alt ist, uns zu sagen hat. Damit ich das noch spannender gestalte, habe ich jedes seiner sieben Tipps noch mal gegenrecherchiert für euch anhand der absolut aktuellsten und besten konzipierten Studien, sodass wir uns wirklich sicher sein können. Daher würde ich mich natürlich super freuen über eine Bewertung von dir für meine Arbeit, einen Daumen nach oben oder auch am Ende des Videos mal in die Videobeschreibung schauen, wenn du dich noch mehr für Gesundheit interessierst und auch daran partizipieren möchtest. Auf purazell.de könnt ihr mich auch super unterstützen. Zunächst eine kleine Zusammenfassung zu seiner Person. Dr. Jordan Schaffenberg ist bekannt für seine Beiträge zur siebenten Tag Adventisten Gemeinschaft und seinen Forschungen und Publikationen im Bereich der Gesundheit und Ernährung. Diese Vereinigung ist eine Gemeinschaft. Diese legen einen großen Wert auf Gesundheit und allgemein einen gesunden Lebensstil. Und viele dieser Mitglieder sind auch vegetarisch oder auch vegan lebend. Er selbst lebt aber nicht vegan. Und das hat er auch bewusst so entschieden. Dr. Schaffenberg hat mehrere Bücher und Artikel über Gesundheit und Ernährung verfasst, in denen er die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung hervorhebt. Er betont die Bedeutung von Vollwertkost, den Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel und den Konsum von frischen Obst und Gemüse. Es ist wichtig zu betonen, dass die Empfehlungen von Dr. Schaffenberg im Kontext seiner Forschung und Überzeugungen stehen. Es gibt viele Ansätze zur Ernährung. Und es ist wichtig, den für sich selbst besten Weg zu finden, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, persönlichen Überzeugungen, individuellen gesundheitlichen Bedürfnissen, die du hast, sowie Realisierbarkeit in deinem Alltag und in deinem sozialen Konstrukt. Und los geht's mit den sieben Regeln. World Health Organization agrees to it, American Heart Association, the European Cardiology Society, they all agree to this, that if you avoid seven risk factors, lifestyle factors, you can reduce the risk of a heart attack or stroke, cardiovascular disease, 80%. You can reduce the risk of getting diabetes, 88%. Hier sagt er, die größten Gesundheitsorganisationen sind sich einig, dass wenn man diese sieben Regeln beachtet, kann man sein Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall zu erleiden, um ganze 80% senken. Das Risiko, Diabetes zu bekommen, sogar um 88% senken. Now what are these seven risk factors? Tobacco. Regel Nummer eins. Der erste Risikofaktor ist hier Tabak. Schauen wir uns dazu mal die Studienlage an. Dazu gibt es eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2019. Aus 14 Studien und über 300.000 Probanden zum Thema Schlaganfall und Rauchen. Dazu schauen wir uns diesen Graph mal an. Aus der Studie. Wir sehen auf der x-Achse die Anzahl der Zigaretten pro Tag und auf der y-Achse der proportional steigende Prozentsatz für das Risiko, an einem Schlaganfall zugrunde zu gehen. Wir sehen circa etwas über 30 Zigaretten. Dort ist das Risiko schon knapp 80% höher, ihrer Wahrscheinlichkeit zugrunde liegend, einen Schlaganfall zu erleiden. Daher hat der Professor hier sicher recht. Schauen wir mal weiter. Regel Nummer zwei. Das Thema Alkohol. Auch dazu gibt es eine Meta-Analyse aus 25 Studien zum Thema Schlaganfall und Alkohol. Leichter und mäßiger Alkoholkonsum wurden mit ischämischen Schlaganfällen in Verbindung gebracht, wohingegen starker Alkoholkonsum mit einem erhöhten Risiko für alle Schlaganfallarten verbunden war. Man sieht auch hier, trinkt man sehr, sehr wenig, also unter einem Drink am Tag, dann steigt nicht das Risiko signifikant. Es kommt darauf an, ob dies auch ein klarer Alkohol ist oder auch ein Rotwein ist, der noch viele sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Hier kann man klar sagen, die Dosis ist natürlich das Gift. Grundsätzlich kann man nicht sagen, jeder Tropfen ist schießlich. Prinzipiell aber schon. Ja, ich handhabe es so. Ich trinke gar keinen Alkohol und fange auch gar nicht damit an, da man schnell einfach übertreibt. Es gibt viele Menschen da draußen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie eigentlich schon süchtig sind und gar nicht mehr völlig auf Alkohol verzichten könnten. Regel Nummer 3. Hier sagt er Inaktivität. Und auch dazu einen kurzen Ausschnitt aus meinem letzten Video. In einer Meta-Analyse aus 16 Studien, wo Teilnehmerzahlen zwischen 3800 und knapp einer halben Million Probanden für 25 Jahre begleitet wurden und es um Langlebigkeit ging, konnte ein Trend ganz klar herauskristallisiert werden. Mit bereits 40 Minuten pro Woche konnte hier das allgemeine Sterberisiko um 15% gesenkt werden, wenn man Sport getrieben hat. Das galt auch für kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und Krebs. Ja, man kann mit wenig schon tatsächlich sehr, sehr viel erreichen. Also auch da hat er sicherlich recht. Was er ebenfalls sagt. If you don't exercise, you're going to die sooner. For every hour you exercise, you will live three hours longer. Er sagt, für jede Stunde, die du trainierst, lebst du drei Stunden länger. Er sagt aber auch, wenn man übertreibt, verkürzt man natürlich seine Lebenserwartung erheblich. Mit übertreiben ist natürlich auch unter anderem gemeint, wenn man natürlich Steroide nimmt. Denn dann leistet man Dinge, die man normalerweise hätte nicht leisten können. Das ist aber heutzutage leider krankhafterweise ein Schönheitsideal in unserer kranken Gesellschaft. Overweight. Punkt Nummer vier, beziehungsweise Regel Nummer vier, Übergewicht. Meta-Analysen belegen nicht nur einen Trend hin zur Depression durch Übergewicht, sondern auch physisch, ja, neben den psychischen Komponenten wie Depressionen, die sich sicherlich auch auf die Gesundheit auswirken. Schaut man sich aus Meta-Analysen die Studie mal an, dann sehen wir hier, alles über 1 lässt das Risiko steigen, wenn man Übergewicht hat. Der Trend ist klar zu sehen, dass das Übergewicht negativ assoziiert ist mit Langlebigkeit. Und auch da hat er recht. Was er aber auch Interessantes sagt, ist folgendes. Ich denke, ich würde über die Übersetzung sprechen. Ich denke, das ist extrem wichtig. In fact, wenn eine Frau obese ist, aber sie jeden Tag exerziert, wird sie die normale Frau, die nicht exerziert. Was er noch sagt, wenn jemand Übergewicht hat, aber Sport macht, wird diese Person älter als eine normalgewichtige Person, die aber kein Sport macht. Das kann ich nur unterschreiben, denn Sport lässt körpereigene Antioxidantien entstehen, die Sauerstoffradikale puffern. Dann sagt er noch was Bemerkenswertes. Wenn eine Person raucht, Bluthochdruck hat und einen hohen Cholesterinspiegel hat, wird dieser trotzdem älter als jemand, der alles, das nicht macht, aber keinen Sport macht. Too much meat and sugar. Regel Nummer 5. Wenig Fleisch, wenig raffinierter Zucker. Schauen wir uns mal, was die Studien hier sagen. 32 prospektive Kohortenstudien und 31 Meta-Analysen wurden in dieser Analyse mit einbezogen. Während der Nachbeobachtungszeit, bis zu 32 Jahre bei den Probanden, traten bei 715.000 Teilnehmern 113 Todesfälle auf. 16.500 knapp durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 22.000 knapp durch Krebs. Die Zufuhr von Gesamtprotein, jetzt kommt's, war mit einem geringeren Risiko für alle Todesraten verbunden. Interessant. So, jetzt kommt aber das Entscheidende, womit er wieder Recht hat, was die Studie sagt. Und die Aufnahme von pflanzlichen Proteinen war mit einem geringeren Risiko für alle Todesursachen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Der Ersatz von Lebensmitteln mit hohem Anteil an tierischen Proteinen durch pflanzliche Eiweißquellen könnte mit Langlebigkeit assoziiert sein, beziehungsweise verbunden sein, damit verknüpft sein. Dann sagt er noch zum Soja. Soja ist ein gutes Ding. Okay. Ich empfehle, eine von diesen Boxen mit einem Quartal. Okay. 100 Gramm. Ja. Diese 400 Gramm Box, 100 Gramm pro Tag von Tofu. Oh, wow. Ich denke, es ist so gut für dich. Er sagt, Tofu und Soja ist etwas sehr, sehr Gutes. Bis zu 100 Gramm Tofu am Tag und so weiter soll gut für dich sein. Dazu habe ich zwei Studien für euch, gerade an die Männer, die immer Angst haben, die neueste Metanalyse aus Studien. zeigt klar ein Trend, dass Soja oder Isoflavone, also die sekundäre Pflanzenstoffe, diese Phytoöstrogene darin, beide keinen Einfluss haben auf Sexualhormone vom Mann, wie zum Beispiel Testosteron und so weiter, seht ihr hier. Des Weiteren sieht man hier in A und B, in einer Metanalyse, dass klar Soja, das Prostatarisiko senkt, was übrigens die häufigste Krebsart ist beim Mann. Und das statistisch signifikant. Nicht aber fermentiertes Soja. Und warum? Weil dort die Phytoöstrogene herausfermentiert wurden. Daher sieht man, wie gut es uns eigentlich tut, aber es wird uns falsch eingeredet. Für Frauen genauso. Und Brustkrebs, da die Phytoöstrogene die Östrogenrezeptoren blockieren, sodass das stärkere wirkende, körpereigene Östrogen nicht so stark wirken kann im Körper. Ein hoher Östrogenspiegel ist nämlich assoziiert mit einem höheren Brustkrebsrisiko. Kommen wir zum Zucker, den er erwähnt. Was sagen die Studien, wie viel Zucker ist noch okay? Schaut man sich diese Metanalyse an aus dem Jahre 2015, aus dem BMJ, mit dem Titel Wenn man sich das genau anzieht, dann kann man sagen, bei bereits ca. 250 ml eines Softdrinks pro Tag erhöht sich dein Diabetesrisiko um ca. 11%. Jetzt kann man sagen, ja gut, klingt ja nicht so viel. Rechnet man dies aber mal runter, dass nur ca. 10% in den Getränken Zucker ist, z.B. bei Cola, dann reichen 25 g Zucker am Tag, das erreicht man schon mit nur einem Riegel, denn ein Maß hat sogar 32 g Zucker. Bei einer Dose Cola wäre man schon bei 37 g Zucker. Also auch nicht mal eine Dose. Drei Prinzenrollenkekse sind schon drüber. Also ihr seht, man schreitet ziemlich schnell an diese Grenze für raffinierten Zucker. Wenn 10 Leute jeden Tag eine Cola-Dose trinken, bekommen 2 davon Diabetes. oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit korreliert Studien basiert damit. Seine Toleranz für diese Werte kann man erhöhen, wenn man diesen Zucker schnell verbrennt, z.B. bei Sportlern, die einen nicht allzu Körperverderteil haben. Dort liegt die Grenze etwas höher. In der Studie wurde ebenfalls betont, dass diese Prozente an Diabetesrisiko für den Zuckerkonsum unabhängig für normal wie auch Übergewichtige gilt, d.h. für beide und dass synthetische Süßstoffe oder Fruchtsäfte keine gute Alternative sind. So, er sagt also hoher Blutdruck und ein hoher Cholesterinspiegel. Wenn man die ersten fünf beachtet, meint er, muss man sich um Cholesterin und Blutdruck aber keine Sorgen mehr machen. Also fangen wir mal vorne an. Was sagen die Studien zu Bluthochdruck und Cholesterin? Beim Cholesterin ist es klar in einer Meta-Analyse, dass ein höherer Blutdruck natürlich mit einem höheren Sterberisiko quasi einhergeht. Beim Cholesterin ist es etwas anders. Wie viel Cholesterin ist zu viel? Der allgemeine Cholesterinwert hat keine statistisch signifikanter Aussagekraft in sich, ob ein Mensch gute Blutfette hat oder schlechte. Denn in dem Cholesterinwert befindet sich auch das gute Cholesterin, das HDL. Wie man heute weiß, spiegeln Studien genau diesen Sachverhalt. Das Cholesterin hat im Gegensatz zum HDL wie LDL und dem HDL-Triglycerid-Verhältnis nur eine Nebenrolle in der Filmtragödie. Das sehen wir hier nicht statistisch signifikant. Das ist das allgemeine Cholesterin. Am relevantesten scheint das HDL- zu Triglycerid-Verhältnis zu sein und das HDL zu LDL-Verhältnis. Wie wir hier sehen, das war in einem Video, kann man nicht pauschal sagen, dass Cholesterin schlecht ist, sondern es kommt immer auf die Verhältnisse an. Das sagt er aber auch in einem anderen Video. Blende ich jetzt hier aber nicht ein, weil da holt er sehr, sehr weit aus und es wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber genau das sagt er auch, was ich jetzt gleich sagen werde. Hier kurz erklärt. Wenn du zu viel LDL- und Cholesterin im Körper hast, das ist jenes, welches von der Leber zu den Organen, zu den Zellen transportiert wird. Überschüssiges wird wieder ins Blut abgegeben von denen Zellen, die das ganze LDL nicht mehr benötigen oder schon genug davon haben und so weiter. Wenn wir jetzt aber ausreichend HDL-Colesterin besitzen, welches überschüssiges LDL wieder aus dem Blut entfernt und zur Leber transportiert, haben wir wenig Probleme. Dazu schaut euch sehr gerne auch mal ein Cholesterin-Video ganz an. Wenn es interessiert, da habe ich es wirklich exakt genauestens erklärt mit Studien und so weiter, mit Fallbeispielen, mit Rechenbeispielen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Dann sagt er noch etwas Interessantes. Natürlich. Wie man seinen Calcium-Spiegel erhöhen kann, und zwar, das wusste ich selbst nicht, dass man einfach weniger Salz isst. Das verhindert nämlich, dass man mehr Calcium über den Urin ausscheidet. Und zweitens, was ich euch auch immer erzähle und öfter schon in Videos gesagt habe, nicht die Lebensmittel bestimmen direkt, wie viel Calcium absorbiert wird und du aufnimmst und den Blut hast und den Knochen hast, sondern dein Vitamin-D-Spiegel bestimmt, wie viel Calcium aus der Nahrung aufgenommen wird. Also kurz gesagt, nicht rauchen, sehr wenig Alkohol, Bewegung, kein Übergewicht, eher pflanzliche Proteine und so wenig raffinierten Zucker wie möglich. Dadurch sinken die letzten beiden Punkte, wie der Blutdruck und das Cholesterin. Wenn ihr nächstes Mal beim Arzt seid, ganz wichtig, bestimmt nicht nur euer Gesamtcholesterin, das hat keine Aussage, sondern ganz wichtig, das LDL, das HDL und die Triglyceride. Na dann hoffen wir mal, dass wir uns alle hier noch weitere 60 Jahre immer wieder zusammen treffen und uns die neuesten Studienanlage ansehen. Da wir jetzt alle wissen, was zu tun ist, bis zum nächsten Video und bis gleich auf porazel.de. Dankeschön für deinen Support, wir sehen uns im nächsten Video und danke für deine Unterstützung.